Dann begrüße ich euch recht herzlich zu einem kleinen Infovideo. Und zwar geht es heute um das Nettofeuerwerk für dieses Jahr Halloween. Es gibt nämlich einmal wieder die Geisterstunde für 3,99 Euro. Und wie ihr mich kennt, habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und das gute Stück auch gleich besorgt. Bei mir sogar mit Keller-Symbol. Ich habe ja mitbekommen, dass bei einigen Phoenix-Feuerwerk draufsteht. Bei mir ist es nicht der Fall. Jo, das Ganze werden wir dann natürlich auch testen. Wie sollte man das anders erwarten bei mir auf dem Kanal? Hier noch ein paar kleine Angaben. Das Ganze habe ich jetzt mal schnell mit dem Handy aufgenommen. Aber ich denke, von der Qualität her sollte das ausreichen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn wir das Ding testen. Und zwar, ja, ab Anfang Oktober, denke ich mal. Bis dahin, haut rein und lasst die Finger dran. Bis dahin, haut rein und lasst die Finger dran. Bis dahin, haut rein und lasst die Finger dran. Bis dahin, haut rein und lasst die Finger dran. Bis dahin, haut rein und lasst die Finger dran. Vielen Dank.